Eine gut gepflegte Einzimmer-Terrassenwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Rhein-Sieg-Kreis. Die Immobilie wurde 1995 erbaut und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller und einen Parkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Terrassenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 37 m². Die Gesamtmiete dieser Terrassenwohnung beläuft sich auf 450 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.